Pretty Nail Shop. Jedes Mal ein Päckchen Glück. Hallo und herzlich willkommen beim Pretty Nail Shop 24. Mein Name ist Lara und ich möchte Ihnen heute die neuen Jolifin Nightshine Farbgele vorstellen. Mit den Nightshine Farbgele erziehen sie einen ganz besonderen Effekt. Sie leuchten im Dunkeln und im UV-Licht und bringen ihre Nägel durch die tollen Glitzerpartikel zum Strahlen. Tagsüber tragen Sie das Gel als wunderschön schimmerndes Nageldesign, das durch Sonneneinstrahlung und auch durch künstliches Licht aufgeladen wird. Lassen Sie Ihre Nägel auf der nächsten Party zum absoluten Eyecatcher werden. Wir zeigen Ihnen heute ein hübsches Design, mit dem Sie das Nightshine Farbgele ganz besonders schön zur Geltung bringen können. Zuerst modellieren Sie Ihren Nagel wie gewohnt mit Gel oder Acryl. Als Untergrund tragen Sie dann das Farbgele Pink Tunic auf den gesamten Nagel auf. Unsere Farbgele werden zwei Minuten im UV-Gerät ausgehärtet. Jetzt kommt das Farbgele Nightshine Crystal zum Einsatz, das ebenfalls als Fullcover aufgetragen wird. Tragen Sie das Aufbau-Gel klar auf, entfernen Sie nach dem Aushärten die Schwitzschicht und feiern Sie Ihre Modellage in Form. Gestalten Sie nun mit der Kreativ-Maffarbe Weiß und einem feinen Pinsel Ihr Design. Zeichnen Sie feine, verschnöckelte Linien und Püntchen und lassen Sie diese trocknen. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Um den Leuchteffekt noch zu verstärken, können Sie jetzt eine weitere Schicht Nightshine Gel auftragen. Versiegeln Sie zum Schluss Ihren Nagel. Eine große Auswahl an Farben finden Sie bei uns im Onlineshop unter dem Menüpunkt Gel und Acryl. Wir hoffen, dass wir Sie für die neuen faszinierenden Nightshine Farbgele begeistern konnten und wünschen Ihnen viel Spaß beim Ausprobieren. Bis zum nächsten Mal, herzlichst Ihre Lara